Hallo, ich bin Alina oder auch Drummer Proof, ich bin Patientin und Health Bloggerin und ich bin hier auf dem Digital Health Summit in München und hier geht es um Digital Health. Mir war das ganz lange kein Begriff und ich glaube, dass das ganz viele Menschen da draußen kein Begriff ist und ich finde das sehr schade, weil das ist eine Innovation, von der viele Leute gar nicht wissen. Es ist wichtig, weil Digital Health uns die Möglichkeit gibt, dass es wieder um den Patienten geht, dass Ärzte entlastet sind und dass Pflegepersonal entlastet ist und generell Fachleute und dann kann eine Behandlung erfolgen, die gezielter ist und die tatsächlich besser funktioniert und dann werden vielleicht weniger Leute krank und Leute werden wieder gesund und deswegen denke ich, dass mehr Leute die Kanäle nutzen sollten, um sich zu informieren und vielleicht einfach auch erfahren sollten, was ist Digital Health überhaupt. Ich habe hier gelernt, dass es auch um administrative Prozesse geht, also um den ganzen Kram dahinter. Nicht nur ein Roboter behandelt mich, weil darum geht es tatsächlich nicht, sondern es geht auch darum, wie werden Sachen verarbeitet, kann das schneller gehen und dann können Ärzte sich tatsächlich wieder um Patienten kümmern und das würde mich sehr freuen und ich glaube, das würde auch viele Leute da draußen freuen und deswegen sollte die Aufklärung, die schon erfolgt, genutzt werden.